Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Fandango, wir haben in der letzten Folge die arme, arme, Mädchen, Mercedes Colomar, hier aus dem Reich der Lebenden ins Reich der Toten oder in die Zwischenwelt, ja eigentlich schon Reich der Toten, geholt und möchten für sie eigentlich eine super Reise arrangieren, für die sie auch sowas von qualifiziert wäre, aber wir kriegen sie nicht und irgendwas ist faul, wir wissen nicht was. Müssen jetzt also mal gucken, ob wir vielleicht mit Domino, vielleicht auch mit Chef reden können. Ah ja, okay, jetzt ist seine Tür verschlossen und irgendeiner muss uns da in der Antwort stehen. Ah ja, guck mal. Oh ja. Alles in order to steal a client from her legitimate agent. There's nothing legitimate about this place. You give all the good clients to Domino. Manny, now I'm embarrassed for you. You've embarrassed the whole office. Ich werde die Frau in hier telefonieren, damit du sie selbst entschuldigst. Ava, bitte sende in Frau Kolomar. Sie leften über 15 Minuten vorhin, Sir. Sie sagte, sie hatte eine lange Zeit vor ihr und sie wollte beginnen. Oh. Sie hatte ein Ticket auf der Nummer 9. Warum denkt sie, sie muss zu gehen? Das ist das beste Package, ich konnte für sie finden. Jetzt, du siehst, warum ich alle guten Klienten gebe, Domino? Die Frau war ein Heiliger und ein Ticket für ein N-Ticket das sie nicht wird, weil du sie einfach nicht finden kannst. Und jetzt, wegen Ihrer kleinen Stunt, sie ist da. Auf der eigenen, durch die sich selbst durch die Pferde, auf die Dämonen des Unterwelt, allein und unverwaltig. Das ist sie, nach einem Jahrzehnt von schweren und öffentlichen Service? Sie ist verletzt, von einem überreichter Verkaufmann, nach einem grossen Kommission, die er nicht verdient hat. Geh in da und bleib da, bis die Jungs in der Stadt sind und erzähl uns, was sie mit dir machen wollen. Niemand wird den Fall für dieses Calavera nehmen und es wird nicht ich sein. Hey, ist jemand da draußen? So, Manuel. Habt ihr gedacht, was du getan hast? Wer ist da draußen? Ich bin dich. Oder eher, ich war dich, seit Jahren. Ja, ich bin ich jetzt, also geh verloren. Lass mich hier raus. Der einzige Weg raus, Manuel, ist, dass du wieder zurückkommst. Wenn du wirklich noch loyal zu dieser Firma bist, erklär es laut. Der Regierer kann hören und dich wieder zurück in ihre Pfad. Oh, was? Was hat denn da sonst zu sagen? Weißt du, wohin sich das Management seine Obhut stecken kann? Meine Loyalität gehört noch immer der DOD, ob du es glaubst oder nicht. Die DOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Ja? Ich habe etwas, das sie in ihre Pfad stecken können. Du musst stärker als das versuchen, Manuel. Ein Manns Loyalität entscheidet seine Destinie. Die DOD spielt ein trockenes Spiel und ich will es prüfen. Du würdest das tun? Das könnte dieser Regierer eine Menge Probleme geben. Ich werde das Lid von diesem Ort auslösen. Junge Mann, du bist ein Feind des Unternehmens. Willkommen zum Club. Salvador Limones und Gäste. Ja, die Lid von Säuern. Viva la Revolución! Das ist nicht wirklich, wir brauchen Hilfe in unsere Entehmens. Du kennst das Ewa, natürlich. Manni? Ich war ein Reapter wie du, Manuel. Aber ich habe eine Weibbe-Korruption in dem Entehmenschen des Verdammens. Ich habe Grund für die Verkaufung, die die Burende der Verkaufung ist verurteint. Die ganz will die Menschen erbricht. Ich denke, dass jemand die diese Poor-Näeve-Säuern von den Osten, die nicht zur Rechtlichen Besten. Sie haben keine Option, but to march on a treacherous trail of tears unprotected and alone like babies manuel like babies what's your evidence that's where you come in manuel or should i call you agent calavera manny suits me fine i'm not looking to join any military organization sal i just want my job back so i can work off my time and get out of this dump well you won't even be able to get out of this city without my house which means you won't be able to find that woman and you'll never get your job back when you're ready to join the cars manuel come talk to me we might be of some use to each other daran habe ich mich natürlich schon erinnert dass irgendwie so ein untergrund ding gibt ich dachte das kommt aber viel viel später im spiel viel später und wir sind jetzt quasi noch am anfang und schon sind wir hier im untergrund tätig finde ich ziemlich geil wusste ich gar nicht möchte ich jetzt kommt echt viel später war natürlich aber auch subjektiv vielleicht habe ich früher für die rätsel viel länger gebraucht und so ja wir haben ja mal in der ersten folge irgendwie so angedeutet ich weiß doch dass du auf jemand anderen arbeitest die bringen jetzt fertig und er sprießen mich ja schon erspriesen fragt kopal sich eigentlich nicht du bist du bist wie lange bist du schon spionin ja das will ich erst mal wissen wundervoll dann in domino war both locked up in don's office with some bigwig from downtown who is the fat man i wonder and how does he fit into this sinister puzzle cool wie lange bist du bist du schon ein bisschen spionin bin es bei salvador recruite me about a year ago i can resist him he's just so noble aber you gotta get me out of town they're gonna sprout me you can't leave manny we need access to the dod computer network if we're ever gonna find out what's going on and we can't access without a salesman like you the computer i did you when you log on how does it do that fingerprints i don't have any your teeth manny haven't you ever noticed your computer scanning your teeth when you log on i thought that was just a power search we need your teeth manny we can't let you go sorry i'm working on there i'm trying to get this radio working so we can use it in the field but it looks pretty hopeless salvador is right we need good old-fashioned homing pigeons to communicate with our field agents you have field agents no it's just sal and me right now but someday manny so you won't help me out of here sorry i'll help you out but not your teeth think it over mach mit oder stirb wieder das ist eine errungenschaft die wir gerade bekommen haben so wo können wir uns hier irgendwas angucken es ist mein boss's secretaries evil twin es ist mir honey na gut in der deutschen fassung sagt er alter ego ist aber nicht alter ego in der englischen fassung sagt er der böse zwilling ist es ganz anderes was ganz anderes was ganz ganz anderes können wir da was umschalten mal weiter das computer schaut auf wie service der juni wenn der komponierter it away we have yet to get it working when we do we need you to get us into the system i belong gone before den busi manuel das computer schaut auf okay können wir natürlich nicht mitnehmen jetzt hier nach oben ah ok ja wollen wir aber eigentlich noch nicht ich hätte gern nämlich noch mit zuerst der salvador agent calavera hier ich wollte mir da diesen tesoraum noch angucken und wir wollten ja noch ein bisschen mit dem wir sind doch ein member ah ja ok müssen wir irgendwas machen um hier festes mitglied zu werden mach die tür auf sal ich habe noch zu tun ich bin kein mitläufer macht die luke auf und wir bleiben freunde ok ich bin dabei was muss ich tun das ist mir wohl etwas das ist mir wohl etwas wenn ich dann ein paar tauben vom dach holen darf ich dann gehen wenn ich ein paar tauben vom dach holen darf ich dann gehen wenn ich ein paar tauben vom dach holen darfst du mich gehen nein ich muss sie aus dem berthagent calavera ich brauche sie zu holen ich brauche sie mir ihre einger bringen ah ok da ist mir wohl etwas entgangen äh du hältst mich hier fest weil du eier brauchst du hältst mich hier weil du die einger brauchst warum bist du noch hier calavera geh mir eine air force bevor es hat ja air force okay ja 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 Was passiert mit diesen Tickets? Und dafür braucht man Geld. Das ist alles, was man braucht, Soldat. Viva la Revolucion! Wir wollen nicht hochgehen, vorerst, damit Heffel nicht mitbekommt, dass wir geflohen sind. Aber können wir hier vielleicht was mitnehmen. Ja, stimmt, was mit Glottis. Die werden ihm noch nichts angetan haben. Aha. Oh. Oh. Oh, ick. Es kam aus wie soft-serve-Ice-Cream. Aber, nach dem Geruch, denke ich, es ist Auto-Body-Filler. Es bleibt hier. Okay. Interessiert er sich nur für dieses Gerät. Das ist ein Kätzchenkalender. Das war damals noch nicht so. War damals nicht ein Kätzchenkalender. Na, wir können nicht wieder jetzt. Wir kommen gar nicht durch die Tür jetzt. Es ist ein Kätzchenkalender. Es ist lockt. 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 Vielleicht können wir oben aber noch ein bisschen spionieren. Das ist ja natürlich auch interessant. Hier im Büro von Scheffel und vom Domino. So. Äh. Äh. Ah ja. Okay. Ach, wir müssen auch noch irgendwie darüber kommen. Das ist auch noch nicht wie. Die Drape sind getroffen. Die Drape sind getroffen. Dom und Dom müssen immer noch in da sein. Es ist lockt. Okay. Die Drape sind getroffen. Okay. Mhm. Mhm. Genau. Das können wir jetzt nämlich eigentlich rein. Ja. Sehr gut. Aber bringt es uns was? Im Moment noch keine Ahnung. Können wir den mitnehmen? Äh. Nicht dringend mitnehmen eigentlich. Richtig so. Richtig so. Richtig mitnehmen. Many. Nee, nee, nee. Ah. Die Tasten durchprobieren. Und hier wird er nur sagen, was es ist. So. Können wir die Schublade öffnen? Ah. Diesmal geht's. Oh. Was war da? Was haben wir hier? Es sieht aus wie ein glückende Hunk. Korkau. Oh. Oh. Was ist das denn, was wir da jetzt reingesteckt haben? Congratulations Domino, an euer neuen Job. Hector. Aha. Mhm. Noch was denn? Okay, dann schließen wir wieder. Ich werde versuchen, sein Passwort zu猜ern. Oh ja, mach mal. Nein, es ist nicht Golden Boy. Ich werde versuchen, es zu holen. Ja, was Neues. Na? Und es ist nicht Mr. D. Na, vielleicht redet er das ja wirklich irgendwann. Ist ja schon cool. Probieren wir jetzt mal ein paar Mal aus. So viel für Dami. Hm. Ehrig und Feind nicht funktioniert. Ah ja, war eine Errungenschaft auch gedacht, okay. Oh, Eva war es also auch nicht. Well, er mag auch Boxing, aber das ist nicht. Okay. Nicht Greed. Oh, guter. Nicht Vanity. Ich glaube, das wird so nichts. Keine Messungen in Doms fancy redet, too. Er hat einen Lock. Ich kann es nicht glauben, dass er mir nicht vertraut. Ich nehme das nicht ab. So. Hier finden wir, glaube ich, sonst nichts mehr. Können wir da mal draufhauen. Ha. Oh, Moment mal, da oben. Ah, da ist aber schon eine Idee. Komm, nochmal. Genau, das nehmen wir mit. Das ist Domino's Mundpiece. Ja. Ech. Domino hat das in seinem Mund. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch schon eine Idee, was wir damit machen können. Tatsächlich. Ein bisschen dunkle Erinnerung, aber auch Idee. So. Äh. Und wir können hier nur nicht etwa einfach so rausspazieren. Ich kann nicht durch die Halle gehen, jetzt bin ich auf dem Lamm. Ja, eben. Aber, na, ich meine, so. Ah ja, okay, so. Hier lang. Sehr gut, Manny. Sehr gut, Manny. Ich habe jetzt zwei Ideen. Tatsächlich zwei Ideen. Äh, die erste Idee ist... ...das hier zu benutzen. Und zwar damit... Ach, nee, macht er was? Ah, okay, macht er doch. Ah, cool. Puh, ich dachte schon, der wirft da jetzt einfach so. Ja, natürlich. Auch wieder die Übersetzung, wenn Domino das wüsste. Er hat ja auch gar nicht so gesagt auf Englisch. Ich hatte ja gesagt irgendwie, ob... Ja, ob das der Weg ist, wie man das verwenden sollte. So, ob das Domino, so ich so vorgestellt hatte. Das ist in genauen Wortlaut nicht mehr gedacht. Cool, ja. Ja, doch, doch, doch. Wir sind gut. Das haben wir. Dann dürfen wir jetzt theoretisch auch schon an die Eier kommen. Kletter, kletter, so. Wow. Irgendwie sieht das gerade perspektivisch aus. Das wäre winzig, winzig klein, der Manny. Das war natürlich nicht. Ah, und hier haben wir die ganzen Tauben. Und irgendwas war da doch. Irgendwie kriegt er das aber nicht. Er hat Angst. Moment mal. Aber, Moment mal. Ah, Moment mal. Hier. Äh, hier können wir... Ich glaube, hier können wir Brot reinbröseln. Da war doch was. Das macht er gut. Ja, sehr schön. So, und jetzt. Oh, ja, weg, weg, weg. Hm, was müssen wir da denn machen? Im Moment kann ich mich auch nicht bewegen. Das ist jetzt wieder. Ja, aber wie denn sonst haben wir mir jetzt da hinlaufen? Verdammt. Moment mal, wir haben es auch nicht mehr so viel Brot. Mit der Katze. Oder wir haben wir ganz von Katzen. Warum haben Sie sich das? Was? Hm, they don't look scared. I think they're actually laughing. Hm, they don't look scared. I think they're actually laughing. Hm, they don't look scared. I think they're actually laughing. Ja, die Vögel. Unglaublich. Ähm, so ein Baguette reinkriegel und dann eine Katze drüber. Aber das waren ja immer nur ein paar. Und das ist doch gleich. Oder es ging doch gleich los mit denen. Ich konnte da nichts unterbrechen oder so. Ich drücke jetzt gerade die Taste fürs Inventar die ganze Zeit. Nee, es drücke nichts. Naja, wissen wir ja auch schon, wie es ausgeht. Die fressen da schnell weg und dann machen sie wieder ab. Ja, belästigt mich auch noch. Ah, ah, ah. Ja, ah, ah, ah. Wirklich jeder Einzelne. Das gibt's doch gar nicht. Da mit Manny. Komm, da jetzt wirklich die... Da haben wir noch ein Brot. Ja. Da erst die Katze reinlegen. Macht ja. Ja, aber da haben wir doch die, die nur da sind, oder? Ja, mal sehen. Na, komm, 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 Fögelchen. Was? Ah. Ja, aber nur die. Oder haben die anderen dann... Ah, mal die anderen, die folgen dann einfach. Cool. Also doch. Ja, beat it, you lousy little ledge pickers. Ja. Oh, sind da ganz schön viele Eier. Komm, wir nehmen alle mit. Oh, haha, voll cool. For me. Ach so. Eh gar nicht mehr. Sehr freundlich. Sehr nett. Ah, cool, was er da auf Englisch gesagt hat. Ja, da ist es spielt schon sehr schlau, das fand ich auch im ersten Teil oder im zweiten Teil, wann es war. Ich glaube, das ist so cool, wir haben dieses Ding unterschreiben lassen, diese Erlaubnis. Und es ging gleich weiter zur Zwischensequenz und auch hier müssen wir nicht irgendwie klicken und gucken, dass wir da runterkommen, sondern erst gleich schon hier ist nicht ziemlich gut, dass das so mitdenkt teilweise. Nicht immer, aber doch, stillerweise ziemlich. So. Und in dieser Perspektive, kommt, so, 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 äh, äh, eine schöne Schlussperspektive. So, wir machen jetzt im Schluss, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge Grim Fandango. Tschüss, ciao und servus.